Ah, ich hab's nicht erwischt. Wo ist er? Er schwimmt jetzt Backbord. Backbord vorne. Steuerbord nicht vorne. Steuerbord ist vorne. Steuerbord ist vorne. Er ist Richtung Steuerbord los, aber er kommt nicht mehr, oder? Doch, er muss wieder kommen von der Musik her. Der macht das wie so ein richtiger Bro. Ah, er ist hinter uns, er ist hinter uns, er ist hinter uns. Gut, da ist er! Hey, hey, komm an! Was machst du denn? Was ist los? Oh, der schmuckt auf Schiff wieder zu! Scheiße! Oh nein, das Beiboot sinkt! Der hat mich vom Schiff geschmissen. Scheiße, ich war am Beiboot, ich wollte mich mit der Harbune dranschnetzeln. Oh, jetzt kommt auch noch ein Haar. Verdammt, ich muss reparieren, ich muss reparieren. Oh, sind hier viele Löcher. Nein, unser Beiboot sinkt. Er ist einfach nur dran vorbei geschwommen und sinkt schon. Ja, mit dem Beiboot wäre ich eh nicht hin, das ist klar, dass du da... Ich wollte mich mit der Harbune an ihm dran, weißt du, dass er mich zieht die ganze Zeit. Das hätten wir mit den großen Harbunen versuchen sollen. Mach' wir auch. Okay, ich glaube, ich habe alle Löcher weg. Er kommt schon wieder. Geht's auf ihn! Ich hab' nicht zogen. Okay, jetzt brauche ich Hilfe. Ich komm' schon. Ich tue das Wasser weg und du klopst durch. Wow! Au! Fuck! Oh, jetzt hat mich mal den Hintern zwickt. Ich glaub' das war er, wenn ich mir das so anhört. Ich glaub' ich hab' wieder alle Löcher. Ich muss was essen, scheiße, oder? Sonst schauen, dass er jetzt nicht wieder irgendwie was komplett macht. Wo ist er denn? Okay, er muss jetzt von hier kommen. Da ist er! Hab' ihn erwischt, hab' ihn erwischt! Hab' ihn erwischt! Weiß jetzt, ist er vorbei. Oh, er spielt ja alles! Andere Kanone, das Ding! Schieß doch! Schieg nicht! Warum nicht? Woran wartest du? Weiß ich auch nicht! Ich bin tot, ich bin tot im Wasser. Überleb' den Scheiß! Reparier' das Schiff! Fuck, 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 ich muss erst wieder hochkommen! Ich bin ja auch... Oh, wo ist die Treppe? Ich seh' nichts mehr, es ist dunkel! Oh, jetzt hab' ich ein blaues Licht, weil ich vor'n Fisch getötet worden bin. Äh, Holz, 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 Betzen! Oh, siehst du's raus! Boah, ich seh' hier gar nichts mehr! So, ich komm schon, ich komm schon! Irgendwo muss noch Wasser reinkommen, ich seh' nur nicht wo! Schmanikorni, ich schau' schnell! Scheiße, ohne Licht ist halt scheiße! Und er greift wieder an! Wir müssen mal das Wasser raus tun! Diesmal bin ich tot! Ja, aber ich muss das Wasser raus tun! Warte! Nein, Maße, jetzt nicht! Okay, ich helfe dir! Scheiße! Ich seh' gar nichts! Ich seh' gar nichts! Das ist echt müß! Scheiße! Das ist scheiße, wenn du nix siehst! Und das gar nicht mehr ums uns reingeht! Hab' ich noch Holz einstecken? Ja, bisschen noch! Ah! Mit den Kanonen! Wie kannst du denn da gucken? Das gibt's nicht! Was ist jetzt? Sonst komm ich vom Ding nicht weg! Oh, fuck, 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 fuck! Wasser weg! Und wieder reparieren! Oh, schätze ich! Boah, ich find immer den Ausgang nicht vor lauter Dunkelheit! Oh, ich kauf dann! Hallo! Nein, das war keine Beamten drin! Oh, fuck, jetzt wird das... Lass das! Lass das! Lass das! Nix für dich! Aber wie falsch das? Das ist ein Messer! Ich bin voll im Stress gerade! Ja, aber... Er greift wieder an! Von welcher Seite? Oh nein, wir sinken! Betsy, wir sinken! Ja, ich mach's doch schon zu, wir blöder! Raser, 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 raser! Pacht uns, wir gehen los! Und schon wieder hat er uns erwischt! Ich probier weiter zu reparieren! Was hat der Note gegen unser Schiff? Wie viele Kanonen, Kugeln, Graben hatten für den Boy! Ich weiß es nicht, ich brauch schon wieder Holz! So, krieg's dann! Abhör auf die Eier zu lecken, nun mach mal irgendwas! Boah, warum kann ich nicht einfach? Scheiße, er greift an! Aber ich weiß nicht, von wo! Oh, von vorne, da kann ich nicht schieben! Wow, er hat mich vom Boot gekickt! Okay, ich muss weiter reparieren! Äh, ich seh die Leiter nicht, seh die Leiter nicht! Ich seh die Leiter nicht! Das ging mir auszuforben! Schwimm, schwimm so lang, dass du F drücken kannst! Ah, ich hab Scharfschade, ist gut! Ich komm wieder mit dem Eimer! Ich tu viel Wasser raus, schiebern! Ja, aber ich tu vorne reparieren! Achso, so viel Wasser ist da gar nicht drin! Wo ist er? Okay, jetzt müssen wir uns auf die konzentrieren, wenn wir jetzt alles... Wir haben alles zu! Muss man echt schauen, dass er nichts Neues mehr reinmacht! Wo ist er denn, wo ist er denn? Da! Mit ner Scheiß-Kanone, ich kann nicht zu schnell! Ich bin vom Boot! Und bin tot! Ja, da musst du jetzt da... Jetzt musst du alleine reparieren, das ist dir klar! Warum kann man mit der Kanone nicht so schnell um die Seite gucken hier? Ja, das ist echt eklig! Hat sie zugeschwert? Verdammte Kacktor! Ganz kritisch! Ja! Nein, ich hab kein Holz! Wo ist Holz? Lagerkiste hier? Lagerkiste oben! Da kommt die auf Tür! Lalalalalalalalalalalala! Ja, ich komme! Wo rieb da noch Wasser ran? Ich hör's! Ich hör's! Ich hör's! Hier! Da! Da! Schieß auf ihn! Oh! Ja, ich komm so schnell nicht hoch! Egal, ich stopp die Löcher hier! Schieß auf ihn! Ich bin schon wieder Meter weit im Schiff weggeflogen! Ach, du bist gar nicht am Schiff! Nee, jetzt bin ich wieder da! Moment! Ich stopp schon wieder! Okay, wir müssen jetzt die Kanonkugeln! Ich muss jetzt das nächste Loch weiter! Ey, wir sollten uns vielleicht auch bewegen! Ich weiß doch nicht! Ja, aber dann ist er doch wieder weg, oder? Okay, ich leg den Anker mal besser! Nur die segeln nicht ganz nach unten, ne? Damit wir ein bisschen nur... Ach so, warte! Dann muss ich die Segel erst hoch tun! Ach, scheiße! Das ist allein gerade echt nicht leicht! Ja, ich bin schon hier! Ich bin schon hier! Dann tun wir hier die Kanonkugel rein bei Ziffer! Dann tun wir die Segel hoch! Da kommt doch noch so ein Dreimaster auf uns zu! Ah! Wo ist er denn? Da! Die Segeln sind oben! Ich zieh den Anker! Oh, oh! Er greift genau von der Front an! Ah! Ich hab keine Kanonkugeln drin! Ah! Hab ich jetzt... Jetzt hab ich kein Holz mehr! Ah! Schnelle Holz holen! Na komm Anker! Geh jetzt hoch! Wo hinkst du rein? Wo hinkst du rein? Wo hinkst du rein? Hier vorne zwei! Okay! Winkst du noch wo rein? Okay, wir... Wir sind wieder unterwegs, hoffe ich! Das machen wir uns als Nui-Kreis drehen immer, weißt du? Wir müssen ja nicht zu schnell... Wo ist er denn? Da, 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 da! Aber wenn er wischt! Ah! Wieder zur anderen Seite! Kniff, du sollst nicht gerade fahren, du sollst nicht in den Kreis drehen! Ja! Oh, oh! Ich hör ihn! Boah, was war denn hier los? Ich hab ihn doch super wischt, oder nicht? Ich auch! Ich mach die Löcher zu! Ich hab ihn auch noch mal voll in die Fresse geschossen! Hier ist drin, hier ist nicht drin! Also! Löcher hab ich wieder alle! Ha! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ohne Witz! Wo ist er? Lässt er was fallen? Jäger der Shadow War! Alter! Wir haben... Wir haben unser erstes EU-Geheuermatt! Hat er was gedroppt? Ich glaube nicht! Was war da eigentlich, gell? Bei der Trophäe wär's gewesen, Hörst! Ja! Ihn jetzt als Skaleonsfigur und so! Weil wir... Wir drehen sich hier dort in die Richtung! Mindest den Kopf, ne? Da ist was! Da schwimmt doch was im Wasser! Okay! Ich guck mal kurz! Ich hab kurz was gesehen! Kann aber auch nur eine Reflexion wissen! Ich glaub ich hab grad... Oh, warte doch! Da schwimmt was! Das ist halt ein... Eine Rückenflosse oder so! Ja, irgendwie so! Ich hab schon mal den Anker gesetzt! Aber wir haben kein Beiboot mehr, ne? Nein, leider! Da hab ich ein bisschen zu... Ich seh's nicht mehr! Warte, warte, bis die weg ist! Es ist noch da! Hinter der Welle! Oder ist der grad untergegangen? Das kann natürlich auch schon! Das könnte auch... Ja, da ist! Da schwimmt was! Da schwimmt was! Ja, jede Menge sogar! Ja, voll! Ja, komm, komm, komm! Ah! Da sind seine... Da ist... Da ist ein Megalodon-Fleisch und so, ne? Boah, geil! Ne, das sind... Ja, ich tu grad den Anker wieder! Ist hier unten was kaputt? Nicht, dass wir ganz zufällig sinken hier? Nein, ich hab alles repariert, bevor ich hoch bin! Und ich schau auch immer runter! Es ist kein Wasser unten drin und nix! Es gletschert nicht! Okay, cool! Au! Ah, fuck! Ah, die drohen! Die drücken mich runter! Ja, geil, Leute! Geil, Leute! Geh noch ein bisschen mehr zu dir, ein bisschen! Wär optimal! Ah, das war jetzt ein anstrengender Kampf! Zum Glück hatten wir so viele Lagerkisten! Ja! Ja! Gerade, ich dachte, die Rappude dreht sich richtig! Okay, ich helfe dir schnell! Ob sie sich gar nicht gut dreht? Ein bisschen doch in die... Oje, da sind ja viele Schätze! Ah, du triffst! Okay! Nimm das! Nimm das! Ah, schön, dass wir noch Aufnahme gedrückt haben! Oh ja, Leute! Das war's wert! Aber das ist irgendwie geil! Ja, vor allem, ich hatte jetzt einfach auch mal Bock, hier so ein Ding zu kämpfen, um mir die Angst vor den Viechern zu nehmen! Ja, ich find das generell richtig geil, dass es solche SEO-Geheuer gibt in dem Game! Ja! Ganz ehrlich, ich feier das hier übertrieben, solche SEO-Geheuer! Ja, das... Ja, ich fand das auch schon so richtig geil! Ich liebe auch Filme mit großen Bösen SEO-Geheuer! Mhm! Auch wenn Mac scheiße war! Fand ich jetzt aber gar nicht so... Schwimmt jetzt noch was oder ist das alles weg? Ja, das Fleisch! Ich fand ich mir mal... Oha! Du hast es mich geholt! Äh, echt jetzt? Ja, ich sitz neben dir! Geiler, dass das geht! Es liegt dann! Ich dachte grad, was ist jetzt los? Na, ich hab Fleisch, hol mich! Einen den... Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte! Na! Das wird nix! Ja! Geil, oder? Ist da nicht noch was? Einmal Fleisch seh ich noch! Ja, es muss auch noch einmal Fleisch da sein! Da hat jeder ein Stück Fleisch vom Megadolon! Ich hab eh schon drei! Achso! Wo hast du die hin? Einstecken? Ja, ne? Ja! Okay, dann nehm ich mir das noch! Alter, Knochenstab! Gewürze! Gewürze! Knochenstab! Exotische Seide! Dann haben wir hier noch! Ja, gleich zum Außenposten verkaufen, hätte ich gesagt! Verkaufen, wenn Shit! Hinter uns ist er gleich der Außenposten! Perfekt! Lenk du ein! Ich zieh den Anker! Oh, ist schon eingelenkt! Wir hatten aber Glück, dass der Megalodor nichts am Masten gemacht hat! Ah, das ist überhaupt ein Megalodor oder was ist was anderes? Oh ja, guck aufs Fleisch! Ah, Standrar oder? Das Schwarze sogar! Ich weiß nicht, ob das Schwarze sogar nicht der Heftigste ist oder? Sah hallo! Also der Blaue ist nicht so... Nein, der Blaue ist auch der Zleevers! So! Sagst du, man nicht gerade lenken kann? Ah ne, ich sehe ja den Außenpostenleuten hier oder? Weiß nicht, ob der das da... Aber der ist ganz ganz nah hinter uns! Ja jetzt, da kannst du gerade! Der müsste direkt vor uns sein! Dann muss es... Ja, der Berg hier! Der Berg, ja genau, stimmt! Geil! Ach, geil! Wir sind so geil! Mhm! Ja, das Schöne ist... Ja, das Schöne ist... Also warum esse ich ne Banane? Das Schöne ist... Das Schöne ist, wenn sowas spontan auf einmal auch funktioniert, ke? Mhm! Machen wir gleich mal so'n... ...Megallo tun Fleisch! Ja, mach das mal! Bin ich mal gespannt! Wahrscheinlich kannst du da... ...zwanzig mal abbeißen oder so! Keine Ahnung! Gute Frage! Jetzt frage ich mich, ob wirklich bei unserem Spielspann... äh... Spielspann... Spielstand das so ist, dass der auch nicht mehr auftaucht! Ne, das glaube ich nicht! Weil ich hab den Totenkopf, den die Typen da gemacht haben, seitdem nicht mehr gesehen, der mit einem gesprochen hat! Links von uns hier sind Gegner, da müssen wir Acht geben! Ich glaub, die kann auch grad zum Außenposten! Kriegen vielleicht unser Schiff, aber nicht unsere Beutel! Ich mein, ganz ehrlich, ums Beiboot ist es nicht schade! Erstens findest du auf jeder Insel eins, und zweitens, wenn wir neu starten, ist es ewig! Ja, ey! Ich wollte nur, ich wollte nur echt mit der Habune mich dranklatschen! Hatte die Hoffnung halt, dass das Ziel geht! Ja, mit den Großen konnten wir es dann gar nicht mehr probieren, weil wir nur noch mit Kanonen beschäftigt waren und... Und reparieren, ja! Ja, ich muss kurz aufs Fleisch schauen, nicht, dass es das hier... Hallo! Hast schon, wir haben beide Segel oben, wir können da ganz gemütlich ransiegeln! Ach, ich nehm's jetzt einfach mal! Ist noch nicht durch, aber... Ohja, ich schon! Ich schon! Eigentlich! Ich sitze auf ne anderen Slot! Ich will immer, wie in jedem anderen Spiel mit Leertaste nach oben schwimmen, und da merke ich immer, es geht ja gar nicht! Geil, Leute, dass wir den noch fertig gemacht haben, hier! Ja! Ja! Ah, das ist echt super! Oh, der muss gar nicht zu ihm! Was hab ich denn da? Äh, Kiste alten Knochenstaubs! Wo könnten die hin gebracht werden? Na, zu den, zu den Händlern da! Am Steg! Ach, am Steg, der macht das! Uh, ja! Tududududududu! 4.000! Hm! Das ist ja geil, Leute! Der alte Knochenstab, der ist ja... Weil die koksen damit, wenn er so ist! Hier kann man mit Knochenstaub nicht wirklich irgendwas herstellen. Ah, die will es nicht. Kommt da gleich wieder nicht hinterher. Warte mal, da haben wir ja noch. Da haben wir noch mal Knochenstaub. Mal schauen, wie ich das jetzt bringe. Okay. Aber wo hat er da schon anzeigt, das Geld von den Crew? Ich glaube nicht, ich habe es jetzt zumindest nicht gesehen. Warte mal, ich will nicht, dass das dann verwechselt hier gegen eine Wechselungsgefahr ist. Mehr Jungfrauen-Ding, okay. 3140 wieder Knochenstaub. Geil. Wann hatten wir ja nichts mehr, ne? Bei euch gerade, bis auf die Aschentruhen, aber glaube ich nichts. Tatsache ist nichts mehr. Cool. Boah, Händler sind wir auch schon 18. Langsam wird es. Bei mir wird es jetzt erst angezeigt, dass wir da auf 18 sind. Ja, bei mir auch gerade. Achso. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir ist, zeitlich, weil ich glaube, du musst jetzt gleich essen. Mhm. Und ich muss gleich telefonieren, beziehungsweise ich bin eigentlich schon wieder drüber eine Stunde, äh halbe Stunde. Mal nur ein cooles Megalodon-Video. Genau. Mal so als kleines Special-Video zwischendrin mal raushauen, ne? Spätschleuder. Geil, aber jetzt, jetzt bin ich heiß drauf, jetzt ab sofort, wenn Seeungerheuer kommt, wir brenzen und nehmen das mit. Wo ist denn eigentlich mein Affe? Der hängt da. Ah, da steht da. Geil und Judo. Genau. Es war's. Megalodon, äh, weil er hatte die Ehre hier, bei uns mitzuschippern. Genau. Aber dann verlieren wir das Fleisch. Ich ess das jetzt einfach mal. Ah, ich würd's einfach mal fragen. Zweimal kannst du reinbeißen, dann ist Fuji. Ne, ich schau's mir jetzt nur mal an, wie's geht, das will ich noch schaden. Da kannst du langschauen. Was? Da kannst du langschauen. Äh, das ist Fuji. Echt, meinst du? Sieht aber mehr aus, wie so ein Schinken, wenn du so hinlegst, gell? Mhm. Oh, richtig cool. Ich hätt jetzt die Kohle zusammen, für dieses coole Ding, was ich wollt. Ah, okay. Aber willst du jetzt schon die Kohle raushauen? Nein, bist du irre, oder? Ja, eben. Ich bin ja der Urgalsammel hier in dem Game. Wo ist es denn? 200? Deswegen gibt man am Tag auch zweimal fast 23 Euro aus, gell? Ey, wo ist es denn? 2,20 hat's gesagt kostet's. Was war das eigentlich, was ich wollt? Das kann ja doch nicht so besonders gewesen sein. Hä? Das hat 2,20 kostet. Wo wollt ich das denn haben, hier? Wir wissen, es liegt nicht am Außenposten. Jeder hat dasselbe. Das sind Segel? Nein, Segel sind doch nicht so teuer. Ey, was, das war doch... War das ne Galleonsfigur vielleicht? 69. Mach mir die 69. 140. 49. Was ich... Ich finde, das passt zum Spiel und zum Grafikstil. Aber ich finde, man hätte auch den Mega Dolorn wie normalen, großen Hai gestalten können. Und nicht wie ein... ...komischen Fisch. Mhm. Mehr finde ich vielleicht sogar noch ein bisschen Cruise-Liga, wenn weniger Fantasy dran wäre. Aber es war schon geil, wo ich auf seinem Rücken im Wasser ein Stück geschwommen bin und dauernd auf seinem Rücken eingehackt hab. Hm. Oh, 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 der untere Teil ist schon durch. Es wird zu langes um das Ding. Ähm... Ey, ich finde es jetzt nicht mehr. Ah, Moment mal! Das war bei ihr vielleicht. Bei der Dame, der knappen Ding da. Ja, bei der war das glaube ich. 220. Ne, das war es nicht. Warte mal. Wo ist es? 220. Das war es auch nicht. Bereit ein perfekt gebratenes Megalodon-Fleisch zu. Habe ich geschafft. Da ist es. 220. Tiefschwarzer Kragenschiffsrumpf. Das könnte so den verfluchten Dingen nahe kommen und da brauchst du ja einen Hafen Kohle für das Ganze. Mhm. Die Gallionsfigur 220, der Rumpf 220, das Segel 220, dann dieser Enterhaken, also dieser Anker 110 und das Ruder 110. Na gut, du musst dir auch bedenken, du sollst dir auch in das Spiel gebunden sein. Ja, das darfst du nicht vergessen. Ach, manche Sachen schaltest du zum Beispiel auch erst frei, wenn du bestimmte Events machst. Mhm. Ja, warum gibt's von diesem Aschending keinen Rumpf? Mhm. Was so, was so flammenmäßig leuchtet. Das passt ja auch dann urgut zu meinem Charakter. Das verstehe ich nicht. Ich hätte so gerne einen Rumpf davon. Abenteuerkopf. Ja. 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 Wo hast du das dann gemacht? Das oberste von ihr, die hat so verschiedene Taschen und dann kannst du die verbessern mit Säbelrassler. Ach so, hast du dir so ne Tasche gekauft? Mhm. Wo sind die Säbelrassler? Wir sind bei Schwarzmarkt und dann auf das blaue Ding gehen und dann ähm... Was haben wir hier? Das ist Chlorreiches Empfehlungsschreiben nennt sich das. Bauer dir bei den Säbelrasslern einen ausgezeichneten Ruf auf, ohne die Arena Leib und Leben des Kindes zu machen. Ah, ja, 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 hab ich auch grad. Genau. Ja, aber... Ich hab's uns mal gekauft, vielleicht bringt uns das ja für Missionen irgendwie weiter. Voll der Karte am Arschenschlüssel. Will ich jetzt kurz schauen, ob das wenigstens anzeigt wird am Schiff hier. Der Arschenschlüssel oder so. Ja mit nicht, das ist so... Hast du nicht vorhin? Da haben wir nicht vorhin auch so ne Mission gemacht und hätten da welche kriegen sollen. Nein. Achso, ich dachte du hättest die schon. Du startet mit den Schlüssen. Ob ich das irgendwie mit der Mission hier aktivieren muss? Ja, ich hab Schlüssel versteckt Sefat. Ja, kann ich machen. Könnte ich aktivieren. Okay, dann mach mal das aber, würde ich sagen, nächstes Mal. Ja, voll, machen wir nächstes Mal. Wir müssen halt wieder schwun. Ah ja, übrigens hab ich ein neues Schwert. Ich weiß nicht, ob das ja auch voll ist. Oh ja, sieht jetzt aus wie deine. Ja, genau. Mit Echtgeld kauft. Ich hab aber noch ein paar Punkte gehabt, als ich das ausgabe. Ah, cool. Wir bezwingen die Kreaturen. Wir müssen halt wieder... Oh, übrigens hab ich ein blaues Licht. Schau. Hello. 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 It's late. Hello it's late. Jau, verdammt noch mal. It's late. Und so machst du dink. Sag, nein, jetzt hab ich's blaue Licht weg. Ich hab's fast reiches. Weiß doch, wie ich's ändere. Jetzt hab ich's dann letztendlich. Oh, jetzt hab ich kein blaues Licht mehr. Es so ist, es. Es so ist, helfen sie mir. Ich bin in Gefahr. Ja, gut. Loop. Ach schon, wir haben die Aufnahme noch laufen. Dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein. Braves sein. Braves sein. Du-l-du-re-tu. Ciao. Komm hinterher. Du bist ja viel weiter als ich. Nee. Ich bin sogar vor dir runtergekommen. Ich bin sogar vor dir runtergekommen.